In der heutigen Folge des Impressionate Deep Dive geht es um die Frage Führungskräfte und Kommunikation und Rhetorik. Ja, und wie das eine das andere ergänzt und wie sich das gegenseitig benötigt. Wieder eine spannende Frage aus meiner Community und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Impressionate Deep Dive – wo echte Wirkung entsteht. Der Podcast für Rhetorik und Wirkung. Mit deinem Gastgeber Georg Wafschinek. Ja, wir haben durch das Hochwasser den Modus ein bisschen geändert. Deine Fragen sind gefragt hier im Impressionate Deep Dive und wir tauchen dann tief hinein in diese Fragen. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, der mir eine Frage stellen wird. Und die werden wir beantworten, solange bis alle Unklarheiten beseitigt sind. Ganz herzlich willkommen, der liebe Tim. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich total, dass ich mit dabei sein kann. Wenn ihr uns seht auf Spotify oder auf YouTube, da gibt es den Podcast auch mit Video. Dann werdet ihr feststellen, dass der Tim und ich ähnliche Präferenzen haben, was unsere Hintergründe betrifft. Wir haben uns beide anscheinend für das Akustik-Panelmodell. Ich glaube, Nussholz oder so entschieden. Also es schaut fast aus, als den wir nebeneinander sitzen. Das passt ja wunderbar. Tim, ich freue mich, dass du da bist und bin schon sehr gespannt auf deine Frage. Ja, absolut. Vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund und woher die Frage kommt. Ich selber komme aus der Wirtschaftspsychologie und begleite Führungskräfte, Geschäftsführer, dabei Führungskompetenzen aufzubauen, Teamkultur zu schärfen. Und da ist natürlich ganz oft, wenn man jetzt so deine bisherigen Podcast-Partner und Partnerinnen anschaut, die stehen auf der Bühne ganz häufig. Für die sind Vorträge Dinge, die geprobt sind. Für meine Klienten und generell für Führungskräfte sind das ja ganz oft Situationen, die nicht geprobt sind. Und wo es trotzdem ganz viel um Wirkung geht, wo es trotzdem ganz viel auch darum geht, diese Führungsrolle auch einzunehmen und, sagen wir mal, nicht nur zwei Stunden am Tag durchzuziehen, sondern über Wochen und Monate. Und da würde mich natürlich deine Einblicke interessieren, wenn es um die Frage geht, wie kann ich als Führungskraft Führungswirkung aufrechterhalten, selbst wenn ich vielleicht selber auf die Fragen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ideal vorbereitet bin. Ja, super spannende Frage. Und ich ziehe sozusagen eine Grenze vorab. Du bist ja, Tim, als Spezialist in diesem Fall in der Führung unterwegs. Das bin ich nicht. Also ich bin kein Führungsspezialist. Ich bewundere Kolleginnen und Kollegen sehr, die das machen. Ich bin da immer ein Lernender, aber das ist sozusagen nicht mehr ein Spezialgebiet. So gesehen finde ich es spannend. Vielleicht finden wir da auch im Austausch ein paar Antworten. Ich kann sozusagen jetzt also durch meine Rhetorikbrille drauf blicken und beginne gleich einmal mit dem, was du gesagt hast. Da war etwas ganz Wichtiges dabei. Ja, Führungskräfte haben eine andere Aufgabe, als auf der Bühne zu stehen. Also die sind in der Regel dafür zuständig, Unternehmen oder ihre Abteilungen zu führen. Und der Auftritt auf der Bühne ist ein Teil dieses Geschäfts. Und ich sage das auch in einer meiner Lektionen in der ImpressureNet-Akademie sehr klar. Es ist eine Entscheidung, ob du in wichtige Auftritte investierst oder nicht. Und du wirst dafür dann den Lohn bekommen oder auch nicht. Also ich habe schon CEOs über Wochen begleitet vor ganz wichtigen großen Keynotes, wo wir akribisch daran gearbeitet haben, wo wir das viele Male geprobt haben, damit der Auftritt richtig gut wird, weil es da um viele, es war ein Hybrid, am Ende des Tages zigtausend Zuseherinnen ging. Und ich stelle dann immer die Frage, was steht für dich am Spiel? Und wenn ich jetzt also einige Arbeitsstunden investiere und damit einige hundert oder vielleicht tausend Mitarbeiterinnen erreiche, meine Botschaft klar mache, die an Bord hole und die mitnehme, dann glaube ich, dass diese Arbeitszeit ausgesprochen sinnvoll eingesetzt war. Und ich bin dann manchmal sogar noch ein bisschen strenger. Ich habe das unlängst erlebt. Da ging es um einen Slot bei einem großen namhaften Festival. Da wurde ich für ein Coaching angefragt. Und das wurde dann nicht gemacht, weil es zu teuer war, angewürdig. Und haben mir gedacht, okay, passt. Und haben mir das dann interessehalber angeschaut. Und ich finde, es war jetzt nicht sonderlich super genutzt, die Bühne. Und man muss noch etwas dazu sagen. Bei diesem Festival ist es so, dass du für einen Zehn-Minuten-Slot auf der Bühne 21.000 Euro in die Kasse einwirfst, dass du da oben reden darfst. So, das heißt, wenn ich jetzt 21.000 Euro dafür hernehme, plus meine Reisekosten, plus die Zeit, die ich nicht arbeiten kann, nehme ich das einmal von einer glücklichen Summe, und da bin ich dann ganz pragmatisch, da halte ich es für eine Pflicht von Führungskräften, sich sauber auf sowas vorzubereiten und das sauber zu machen. Zur Frage aber, wenn man das nicht immer macht, und das ist genau der springende Punkt, ich betrachte Rhetorik wirklich als eine Reise. Ich nenne es das Speaking Mindset. Ich glaube ja, dass das Unternehmen zu führen und die Berufe, in denen die Menschen unterwegs sind, viel komplizierter sind als Rhetorik. Das ist ja keine Rocket Science, was ich da mache. Aber ja, ich sollte mich schon mal damit befassen. Und was ich nicht mehr tue, ich bin jetzt seit 25 Jahren in dem Geschäft, ich lehne diese Dinge ab, wo jemand sagt, ich mache einmal im Jahr drei Stunden Medientraining für meine Pressekonferenz und dann lasse ich es wieder gut sein. Oder die dann bei mir sagen, ja, ich war ja eh vor zehn Jahren einmal in einem Präsentationstraining. Dann wundert man sich, dass es nicht besser wird und dass die Pressekonferenz halt nie wirklich super wird, sondern Rhetorik ist eine Entscheidung. Und wenn ich mir das Ziel nehme und sage, ja, das ist ein Skill, der gehört zur Führung dazu, es ist schließlich die Vermittlung meiner Sicht, ich kann meine Welt abstimmen mit der meiner Mitarbeiterinnen, dann ist es eine Aufgabe und da empfehle ich, die konstant zu gehen. Ja, und sagen wir ehrlich, es gibt viele Auftritte, die du hast als Führungskraft. Ja, das können kleine Repräsentationen sein, das können Townhall-Meetings sein, größere, das sind Veranstaltungen, wo man eingeladen wird, das sind Pendeldiskussionen, wo du eingeladen wirst. Du bist ja auch das Gesicht des Unternehmens nach draußen am Ende des Tages. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die keinen Bock darauf haben, die Gelegenheiten dann auch nicht wahrnehmen, deswegen auch nicht sonderlich gut sein, und das deswegen auch nicht so gerne machen und in der Schleife nach unten sind. Und diejenigen, die das irgendwie cool finden und sagen, okay, ich nutze es als Plattform, es gehört halt dazu, damit Routine haben, wieder was üben, wieder was dazulernen und dann sind die in dieser Schleife nach oben. Also zusammengefasst, ja, ich halte es für einen ganz wichtigen Teil der Führung. Es ist ein Teil davon, es ist nicht alles, keine Frage. Und zweitens, ja, auch wenn man nicht so oft auf der Bühne ist, wie professionelle Rednerinnen, die 150, 200 Auftritte im Jahr haben, aber die Bühnen zu finden, zu üben, wachsam zu bleiben, sich begleiten zu lassen, sich zu entwickeln in diesem Skill, das halte ich für sehr wohl machbar. Und da bekommen diejenigen, die Lorbeeren, die sich so erarbeitet haben, sozusagen. Ja, alle, die, absolut, alle, die jetzt das Video sehen, werden wahrscheinlich auch gesehen haben, dass ich sehr viel schmunzeln musste während deinen Ausführungen, weil ich total viel Parallelen sehe. Egal, ob das ist, wenn man sich einmal im Jahr mit dem Thema Führung auseinandersetzt, dann werde ich da wenig Lorbeeren dafür bekommen. Ja, das ist ja genau so eine Geisteshaltung, eine Führung. Genau, und ich habe sehr, gut, dass du darauf anspielst, ich habe da jetzt sehr aufhoch müssen, wenn du sprichst von diesem Rhetorik-Mindset oder Speakers-Mindset. Speaking-Mindset, ja. Speaking-Mindset, weil ich auch ganz viel davon spreche, dass Führung ja ein Mindset ist und eine Rolle, in die ich auch rein muss. Ich würde sogar noch hinzufügen, dass in Wirklichkeit, sobald ich in mein Unternehmen gehe, ich auf einer Art Bühne bin für ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gar nicht nur, wenn ich tatsächlich auf der Bühne stehe, dann bei einem Vortrag. Deswegen würde mich natürlich auch interessieren, was du da deinen Führungskräften, aber auch Rednerinnen und Rednern mitgibst an vielleicht ganz konkreten Tools und Hacks, um in dieses Mindset reinzukommen. Vielleicht auch in Situationen, wo ich mal nervös bin, wo ich kurz vor einem Auftritt stehe, um das dann für mich zu verinnerlichen. Ja. Also das eine vielleicht, du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, nicht, wir sind ja ununterbrochen auf der Bühne. Lieber Kollege Martin Schwander, aus dem von Max-Reinhardt-Seminar-Kommenter, das verwendet eine schöne Definition. Eine Bühne ist ein abgegrenzter Raum, ein definierter Raum, auf dem jemand etwas sagt oder tut und andere schauen dabei zu. Das heißt, wenn wir zwar da jetzt sitzen, in dem Kästchen drinnen, haben wir einen abgegrenzten, definierten Raum, ist eine Bühne und jemand sieht und hört uns hoffentlich zu. Somit ist das eine Bühnensituation, in der wir jetzt weiter hier sind. Und ich bin da übrigens sehr pragmatisch. Wenn wir zwar Lust hätten, dass wir miteinander Kaffee-Tratsch machen, dann treffen wir uns irgendwo oder zoomen, ohne einen Podcast auszumachen. Dann haben wir ein Plaudergespräch. In dem Augenblick, wo wir beide beschließen, dieses unser Gespräch ist ein Podcast, ist das in diesem Augenblick Bühne. Und ich bin da auch sehr pragmatisch. Menschen, die immer sagen, ein Interview für die Medien, das ich gebe, ist eine Plauderei. Nein, ist es nicht. Weil plaudern tu ich mal im Kaffeehaus und mit guten Freunden, aber nicht mit Journalistinnen. Und wenn ich eine Präsentation halte oder wenn ich als Führungskraft auf einer großen Bühne stehe, ist es sowieso Bühne. Aber eben wie du ganz richtig sagst, wo endet die? Und im Grunde genommen, wenn du natürlich exponiert bist, bist du immer irgendwo auf der Bühne. Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt dazu. Ich beobachte das bei professionellen Rednerinnen oft. Ich bin gespannt, was du sagst, wie es der Führungskräftearbeit geht. Und da werden auf der Bühne Dinge gelehrt, erzählt, doziert, inspiriert, wie auch immer. Und dann gehen die Menschen runter und ich schaue mir dann an, wie reden die mit den Technikerinnen? Wie reden die mit anderen Leuten? Wie reden die mit dem Stuff? Und dann bin ich manchmal sehr verwundert, wenn man denkt, du, ich zitiere jetzt meine Frau, die dann sagt, du kleine verlogene Dreckanten auf gut österreichisch. Das stimmt einfach nicht zusammen. Und das ist dann zwar vielleicht in der Bühnenwirkung sogar authentisch, weil ich glaube, Authentizität heißt nur, dass es authentisch wirkt. Ob jemand so ist, wissen wir nicht. Aber dann ist es irgendwie gefakt. Und das ist nun mal das Spannende am Thema Führungskraft. Du hast so viel Bühne und du bist täglich so viel auf der Bühne, dass du diese eine Haltung, die du zeigst, und das, was du Menschen sagst, nun mal tunlich wirklich durchhalten solltest. Und da glaube ich, endet Fäcken. Also das kriege ich dann nicht hin, dass ich das, was ich vielleicht bei einer Keynote 15 Minuten irgendwo vormachen kann, dass ich das dann 365 Tage im Jahr durchziehe. Das glaube ich nicht. Und damit glaube ich, und da habe ich das Gefühl, sind wir beiden uns sehr einig im Zugang. Allein schon aus deinem fachlichen Hintergrund. Ich komme ja im zunehmenden Alter immer mehr dorthin, dass der wahre Kern der Rhetorik in Wahrheit die Persönlichkeit ist. Und das meine ich mit dem Speaking Mindset. Wenn du die Haltung zum Reden hast, wenn du einmal verstanden hast, wie Reden funktioniert, wenn du mit dir aufgeräumt bist, da draußen auf der Bühne, dann kommt fast automatisch die Wirkung. Und das ist in der Führungskräftearbeit, wie du sie siehst, ja genauso. Das ist eine Haltungsfrage, es ist eine Persönlichkeitsfrage. Und ich kann jemanden, der die Persönlichkeit nicht hat, mit dem Werkzeugkoffer um die Ecke biegen und der wird halt mit dem Schraubenzieher da drinnen schlicht und einfach nichts anfangen. Also so gesehen glaube ich, und das ist so spannend, dass eben die Rhetorik ja auch eine Persönlichkeitsreise ist. Und was ich so schön finde an meinem Geschäft, die Bühne ist ein Brennglas. Und wenn du ein Thema hast und du gehst mit dem Thema auf die Bühne und dir schauen ein paar hundert Leute zu, dann wird dich dieses Thema einholen. Also wenn das ist, mein Fall zum Beispiel Perfektionismus, der hat mir dann irgendwann einmal vor, boah, ja, da klatscht auf der Bühne, weil dem hältst du nicht stand. Und welches Thema es immer ist, es kommt. Und deswegen finde ich oft eben auch dieses Zusammenspiel aus der Führungskräftearbeit und der Rhetorik spannend, weil die Dinge da oft hin und her switchen. Also wenn Führungskräfte zum Beispiel eben im Coaching sind, dann tauchen Themen auf, die du besprichst. Und ganz oft, sagen wir die dann, und genau das Thema ist dann bei der Bühnenarbeit hoch verdichtet auch wieder aufgetaucht. Und deswegen ist es so ein schönes Zusammenspiel, weil ich umgekehrt bei der Erarbeitung einer Keynote-Thema Lampenfieber draufkommen kann, warum habe ich eigentlich Lampenfieber? Wovor fürchte ich mich? Habe ich Angst vor den Menschen? Habe ich Angst vor meiner Schwäche? Habe ich Angst, einen Fehler zu machen? Was auch immer. Das ist ein Thema. Und das kann dann wieder rüber zu dir sozusagen ins Coaching, wo man drauf schaut und sagt, wie schaut es eigentlich in dir aus zu dem Thema? Und dann wird das Ganze rund. Also das heißt, man könnte jetzt zum Lampenfieber sagen, Klassiker wie Stressabbau und so weiter und Meditationsübungen, ja geht, ist okay. Der nachhaltigere Weg ist da allerdings, in die Tiefe zu gehen. Ja, wir haben es ja hier in einem Podcast gehabt mit dem Dr. Michael Stuhl, der Psychiater, wo wir richtig tief geteift sind in das Thema Bühnenangst. Und es ist eine Reise, die sich lohnt, die einmal zu gehen und sich die Frage zu stellen, was bewegt mich denn da eigentlich? Ja, wovor habe ich denn Angst? Und was ist es denn? Ja, absolut. Ich sage auch oft, es geht nicht darum, Führungskraft zu spielen, sondern Führungskraft zu sein. So ist es. Und genau dorthin muss man sich halt arbeiten. Also es ist aus meiner Sicht wie Fahrradfahren, da muss ich auch mal verstehen, wie muss ich treten, wie sind die Mechaniken, dass ich das mal verstehe, übe und dann irgendwann einmal macht es Klick und ich kann anfangen fahren, muss mir über diese Themen keine Gedanken mehr machen. Und dann kann ich mir die Fragen stellen, wie schnell, wohin, was ist das Ziel, mit wem. Aber dann sind wir uns da eh sehr ähnlich. Ja, ich glaube, wir haben nicht nur denselben Hintergrund in unseren Studios, sondern ich glaube, wir ticken da auch ähnlich. Ich wollte vielleicht eines noch dazu sagen, weil das jetzt gerade oft ein Thema auch in den Rhetorik-Trainings ist. Ich habe das hier vorbereitet. Ihr könnt es sehen auf Spotify, auf YouTube und sonst erzähle ich es euch. Das da, ich habe sogar den Klingelton vorbereitet. Das war früher mal ein Telefon. Das ist das Original-Telefon hier von meiner Oma noch. Und jetzt war nur, man hört es jetzt was auf. Ja, Bildscheibe. So hat man früher telefoniert. Und ich finde noch eines ganz spannend dran, das Vehikel hat sich natürlich verändert. Dieses gute alte Telefon ist jetzt halt mittlerweile das iPhone oder was auch immer. Aber der Sinn drin ist dasselbe. Es geht nicht mehr um Informationsvermittlung. Und es geht darum, dass Menschen im Gespräch sind. Und das finde ich heute massiv spannend in der Führungskräftearbeit und in der Rhetorik, dass dort zwei Dinge sich verändert haben. Das eine ist Video-Appearance. Also das, was wir zwei da jetzt machen und wo ich mich auch so freue. Übrigens, du bist gerade eine rühmliche Ausnahme, was schöne Hintergründe betrifft. Das ist immer noch ein bisschen der Seltenheit in unseren Landen, in Amerika völlig selbstverständlich mittlerweile. Ja, es geht für mich auch um die Frage, wenn eine Führungskraft da draußen auftritt, in einem Zoom-Call und in einem Online-Setting, schaut das aus wie aus einem Gezogen? Oder schaut das was gleich? Das gehört für mich dazu. Kann ich mit einer Kamera spielen? Kann ich genauso vor der Kamera präsent sein? Bin ich imstande, Videoclips zu produzieren? Kann ich denn das? Das gehört für mich nämlich auch in das Thema Rhetorik und Führung rein, dass ich mich den aktuellen Gegebenheiten anpasse und diese Vehikel beherrsche. Ein zweiter Punkt dazu noch, und der wird, glaube ich, ganz, ganz spannend werden. Ich habe gerade gestern einen Test gemacht. Ich habe auf Google Notebook einfach meine Homepage hochgeladen von Impressionet und einmal aufs Knöpfchen gedrückt und hatte nach fünf Minuten einen Podcast mit neun Minuten über Impressionet fixfertig. Auf Englisch noch wird demnächst auf Deutsch kommen. Und honestly, der ist perfekt. Da reden zwar Leute miteinander, die denken, die tun Schmähfieren, die überlegen, die sind am Punkt mit meiner Firma, wo ich mir dachte, bist du deppert, ist das gut. Und das wird in Windeseile vollkommen seamless sein, dass du deinen Avatar eingespielt hast, die Sprachnachricht reinspeicherst oder dein Team den Text schreibt. Das ist Libsync synchronisiert in 42 Sprachen. Das ist so. Und ich sehe gerade, dass manche damit liebäugeln und sagen, ha, jetzt bin ich raus aus der Rhetorik. Nein, weil jetzt wird das ja eh alles mal Avatar machen. Und ich persönlich glaube daran, dass die Massenproduktion des 0815 wirklich so laufen wird. Das ist so. Also es gibt ab heute Lachs in der Kantine. Burscht, ob es da Avatar erzählt oder nicht. Aber die Sachen, wo es richtig ans Eingemachte geht, da wird es dann noch mehr um die persönliche Wirkung gehen. Also ich persönlich glaube, dass es auseinanderdriften wird. Es wird eine Massenproduktion von 0815 geben. Das wird Easy Simles über Artificial Intelligence wunderbar funktionieren. Und da bin ich total dahinter und dabei. Und es wird gleichzeitig eine, glaube ich sogar, Renaissance der persönlichen Begegnung geben. Und da werden dann die rhetorischen Wirkungen, die Überzeugungskraft, die Persönlichkeit, die da drinnen strahlt, der innere Kern, der Frage, worum geht es bei uns überhaupt, umso wichtiger werden. Also ich glaube sogar, dass diese Themen sich noch mal erhöhen und noch einmal mehr differenzieren werden. Das ist meine Annahme dazu. Ich würde da sogar noch mal einen Schritt ergänzen eigentlich. Ich würde 100 Prozent unterschreiben, was du da sagst. Was meine Erfahrung ist, ist, dass das Thema, wofür steht meine Führungskraft, extrem wichtig wird. Egal, ob es um Employer Branding geht, egal, ob es um Glaubwürdigkeit geht, aber auch um Mitarbeiterbindung. Und was ich merke, ist, dass sehr häufig Führungskräfte nicht artikulieren können, wofür stehen sie in erster Linie. Also Werte, die ich dann auch mal in Krisenzeiten durchhalte und durchziehe. Und dann aber auch in meiner Wirkung nach außen transportieren kann. Und wenn ich mir vorstelle, ich möchte nicht mehr in einer Firma arbeiten, wo ich nicht weiß, wofür der Vorstand steht, wofür die Menschen stehen, für die ich arbeite. Und ich glaube, eine KI kann sehr viel mir erzählen, aber die Werte, die dahinter liegen und darüber Klarheit zu haben, was will ich vermitteln, du hast es vorher schon gesagt, mit dieser Authentizität, die ich ja dann schlussendlich auch mal transportieren muss, die muss ja irgendwo herkommen. Das ist der Punkt. Die Werte sind der KI wahrscheinlich relativ horch. Und wenn ich sie nicht mal der KI sagen kann, weil ich sie selbst nicht kenne, wird es, glaube ich, auch nochmal schwierig. Ja, wir sind ja bei der Magie, der Rhetorik, darum mag ich das ja so. Das Magische ist für mich, es ist im Endeffekt unser von innen nach außen Treten. Also die Gedanken, die wir haben, die Welten, die wir uns bauen, die Visionen, die wir haben als Führungskraft, so zu kommunizieren, dass sie wirksam werden, das ist für mich das Magische daran. Und darum kämpfe ich auch so. Darum ist mir auch Sprache, Sprachgewandtheit, die Schönheit der Sprache so unglaublich wichtig, weil das am Ende das Menschliche ist. Also ich liebe Hunde über alles. Unsere kleine französische Bulldogge ist total süß, aber die kann sich mit ihrer Bulldoggenfreundin Sissi nicht ausmachen, dass sie morgen um 14 Uhr spazieren gehen, weil dazu die Sprache fehlt, schlichtweg. Und das haben wir. Und da sollten wir sehr heilig damit umgehen. Und ich glaube tatsächlich, das ist genau das, was Führungskräfte so leben, das zu zeigen, was sich da im Inneren tut und damit nutzbar zu machen für andere. Jetzt muss ich dir vielleicht noch eine Frage stellen nach, vielleicht einer, ich weiß noch nicht, ob es eine Methode ist oder ein Weg ist, aber ich merke ganz oft, wenn wir über das Thema Authentizität sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass das ja da so ein bisschen der heilige Gral ist in der Rhetorik, aber auch in der Führung, dann merke ich trotzdem, dass ich viel mit auch jungen Führungskräften zusammenarbeite, die noch nicht genau wissen, wer bin ich denn als Führungskraft? Vielleicht aber auch als Redner, wer bin ich denn als Rednerin, als Redner? Was ist der Anstoß, vielleicht ein Weg, den ich gehen kann, um dort mal Klarheit reinzukriegen? Hast du da Übungen, Wege, was wäre da dein Ansatz? Jetzt muss ich aufpassen, mein Ziel ist ja an sich so um die 15 bis 20 Minuten für diese Podcast-Folgen, jetzt sind wir bei ein bisschen über 20 und du fixt mich jetzt an mit dieser Frage, weil das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, weil da ganz viel Quatsch erzählt wird. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. In Sachen Authentizität, da wird ganz viel Blödsinn erzählt und ich möchte zwei bis drei Punkte nennen, warum denn das so ist und warum das so gefährlich ist. Der Imperativ im Augenblick ist, sei wie du bist und das setzt richtigerweise voraus, wie du es ganz richtig gesagt hast, Freienachrichter David Precht, wer bin ich und wenn ja, wie viele, wer bin ich? Und das würde auch voraussetzen, dass wir nur ein Ding sind. Das haben wir aber nicht. Wir haben ähnlich viele Facetten. Und ich sage das immer sehr überspitzt, wenn ich zu Hause in der Früh aufstehe und noch gerade vor dem Spiegel stehe und mir einmal die Glatze rasiere, dann bin ich authentisch. Aber so werde ich mich nicht in den Zoom-Call setzen. Das heißt, wir zwei hier sind in einer Rolle, die wir hier haben und die ist genauso echt wie unsere Rolle als Familienväter, als Partner, als was auch immer. Nur da sind wir anders. Das heißt, Authentizität ist ja kurz gegriffen, wenn ich sage, mach einmal einfach so, wie ich gerade bist. Das muss einmal voraussetzen, dass ich wählen kann, welche meiner Facetten zeige ich den auch. Das ist einmal der erste Punkt. Das zweite ist, Authentizität aus der Definition bedeutet für mich, dass Sein und Schein als übereinstimmend wahrgenommen werden. Das heißt, wenn mir jemand etwas zeigt, also jemand erlebt uns zwei, ist unser Schein und jemand ist der Meinung, so wie wir sind, das passt zusammen mit dem, was wir zeigen, dann wird man uns beide als authentisch empfinden. Und das ist aber der springende Punkt, Authentizität ist eine Wahrnehmungsfrage. Wenn ich zu Hause allein vorm Fernseher sitze und da Cola trinke und Popcorn ist und eine schaue, brauche ich nicht authentisch sein. Sinnlos. Das heißt, Authentizität ist eine Wirkungsgeschichte. Das ist der zweite Punkt. Also Authentizität braucht immer ein Publikum. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Es gibt eine fiese Geschichte. Die große Authentizität-Geschichte mit Sei wie du bist, so ganz simpel gesprochen, empfehlen jetzt meistens die, die jetzt gerade dem Mainstream entsprechen, der funktioniert. Das heißt, die tun sich leicht, das zu sagen. Und ich finde es schade, weil ich immer mehr Menschen sehe, die in diese Falle rauschen, indem sie sagen, ja, ich bin ja schon, wie ich bin, das passt, da brauchen wir nichts mehr daran arbeiten und da brauche ich nichts mehr ändern, weil so bin ich jetzt und so. Und dann haben sie keinen Erfolg. Weil die nämlich gerade nicht das bespielen, was eh schon der Mainstream gerade möchte, sondern ganz was anderes und sie dann wundern, dass sie nicht ankommen. Also da wird auch viel Schindluder getrieben mit der falsch bezeichneten Authentizität. Ich habe es gewusst, Ja, also wir sind gerne authentisch, fröhlich, lustig, spannend und eloquent und das, was so ein bisschen noch nett ist, ein bisschen verpeilt, das sieht man auch noch gern. Aber ich kenne niemanden, der authentisch Mundgeruch hat oder der authentisch ein Arschloch ist oder authentisch ein Langeweiler sein will. Und das müssen wir halt auch zur Kenntnis nehmen, das kaufen wir dann mit. Und ich sage das meinen CEOs manchmal sehr klar, wenn ich sage, schau, wenn ich einen langweiligen Menschen authentisch auf der Bühne stelle, dann steht ein langweiliger Mensch auf der Bühne. Fertig. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten zu sagen, das ist so, frest es aus, weil ich bin halt fad, finde ich eine Zumutung gegenüber den Mitarbeiterinnen. Oder es beginnt halt die Reise, liebevoll an dem zu arbeiten, wo man langweilig ein bisschen spannender machen kann. Das hielte ich für sinnvoller. Jetzt habe ich es versucht, in wenigstens unter fünf Minuten das vielleicht, glaube ich, Thema des nächsten Buches am Punkt zu bringen. Da bin ich großartig. Ja, ja. Wie geht es dir? Also allein das Zitat, es ist die Reise langweilig, ein bisschen spannender zu machen, finde ich eigentlich schön und glaube ich, können wir uns alle mitnehmen, weil am Ende des Tages, ja, wer sagt, dass irgendjemand anderer spannender ist als einer selber und am Ende geht es um diese Reise von, hey, ja, explore what's there. Und wenn wir daran arbeiten, ist es großartig. Das ist ja auch so spannend, nicht, wenn ich, weil es wird ja vorausgesetzt, alles, was schon ist, ist authentisch und mehr machen wir nicht. Also diese Authentizitätswahn, der gerade gilt. Und nochmal, ich finde es ja gut, dass ich wen als echt wahrnehme. Also ich will ja nicht, dass ich etwas vorgespielt bekomme. Mir macht es immer fertig, wenn es im Laientheater sitzt und immer spürst, dass die spielen. Das ist das Sache. Und wenn ich jetzt eine Führungskraft habe, wo ich spüre, der oder die spielt mir etwas vor, schlecht. Ja, keine authentische Wirkung. Aber die Verwechslung ist, dass man aufhört, an sich zu arbeiten. Und das ist die Ausrede, die mir ein wenig Sorgen macht. Und wir müssen es einmal auch festhalten, wir kommen als Kinder in der Regel auf die Welt und können zum Beispiel nicht Rad fahren. Das können wir nicht. Und jetzt lässt du Rad fahren, holst du ein paar blödige Knie, probierst wieder und wieder, wieder und irgendwann kannst du Rad fahren. Und es würde doch kein Mensch sagen, jemand, der Rad fährt, ist unauthentisch, weil eigentlich haben wir das nicht kennen. Das ist ja Quatsch. Das heißt, ich sehe das jetzt in meinem Geschäft übersetzt auch manchmal, dass jemand die Reise beginnt und Dinge zu integrieren beginnt. Eine Geschichte anders zu erzählen, was spannender aufzuspannen, ein bisschen mehr Bühnenpräsenz zu entwickeln. Und ja, das kann am Anfang schon sein, dass das noch ein bisschen knirscht, dass es noch nicht ganz integriert ist, dass das Rad noch ein bisschen wackelt beim Fahren. Aber wenn ich weitergehe und weitermache und weiterüber, wird das immer mehr Teil von mir und irgendwann schaut niemand mehr hin und sagt, aha, das ist aber nicht authentisch, sondern das ist dieser Mensch. Das heißt, ich warne nur davor, einfach aufzuhören, wenn man sagt, ich bin jetzt quasi fertig. Ich bin auch, so ist es, ich sitze, und ich entwickle mich nicht mehr, ich gehe die Reise nicht mehr. Das wäre ja furchtbar langweilig und das ist ein ständiges Hinterfragen, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist meine Wirkung, was möchte ich rüberbringen, wie möchte ich auf andere wirken, wie bin ich ganz in deinem Metier als Führungskraft, was verkörpere ich, was stelle ich da, welche Werte stelle ich da und das halte ich für eine ununterbrochene Reise und das spiegelt sich so wunderschön dann auch in der Rhetorik und in der Wirkung wieder. Ja, und wahrscheinlich zu erkennen, oder wahrscheinlich ist der erste Schritt, in dem ich okay bin damit, nicht alles zu können und das auch offen und ehrlich auszusprechen, einer der ersten Schritte, um dann ja auch authentisch und nahbar zu sein in einer Situation, in der ich mich vielleicht noch nicht zu 100% wohlfühle oder noch nicht 100% authentisch sein kann. Ja, Tim, habe ich deine Frage soweit beantwortet? Auf jeden Fall, ich glaube, wir sind in die unterschiedlichsten Sphären eingetaucht und das freut mich sehr. Genau, ich wollte es gerade sagen, also das war doch schön, er hat mit einer Frage begonnen und war in Wahrheit jetzt ein wunderbarer Austausch von einem Führungsexperten mit dem Rhetorikexperten und ich, also mir persönlich hat es Spaß gemacht und ich hoffe dir auch, lieber Tim, und vor allem hoffe ich, dass es euch, ihr Lieben beim Zuhören und beim Zuschauen viel Spaß gemacht hat. Vielen lieben Dank, Tim, dass du dabei warst und ich freue mich, ich glaube, wir werden uns bald wieder hören. Dankeschön, mein Lieber. Tschüss. und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen und ja, wir bleiben beim Modus 0664 10 100 und die 20 0664 10 120, das ist die WhatsApp-Line, direkt zu mir mit deiner Frage oder du schickst mir eine kurze Nachricht auf LinkedIn und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht im nächsten Podcast hier sehen und genau deine Frage im Deep Dive beantworten. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss und baba. Impressionate Deep Dive Wo echte Wirkung entsteht Der Podcast für Rhetorik und Wirkung WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH